Hallo zusammen, hier ist wieder Eutschala und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountgurt präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Mount, was wir uns hier in Reventrest erspielen können. Und zwar befinden wir uns hier einmal auf den Koordinaten 63, 43. Und hier müssen wir ein NPC füttern, beziehungsweise Materialien an ihn abgeben. Und dieser NPC schimpft sich tote Graumähne. Und wenn wir das gemacht haben, beim sechsten Tag bekommen wir dann das Mount. Was das für Items sind, werden wir später drauf eingehen. Die könnt ihr euch nämlich alle schon vorher sammeln und dann immer jeden Tag hierher gehen und die Sachen abgeben. Und am sechsten Tag, wie gesagt, bekommt ihr das Mount. Wir schauen uns jetzt einmal an, wie das Mount aussieht. Hier haben wir es, Sündenmeere Graumähne. Und das ist ein sehr, sehr cooles, so rotschimmerndes, astrales Pferd. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal den Pfad einmal an. Also das Mount, beziehungsweise der NPC spawnt immer hier unten und läuft quasi hier so ein bisschen rum. Ihr könnt ihn abfangen. Die Respawnzeit ist zwischen ein und zwei Stunden. Ich persönlich habe ihn noch nie selber gefunden, sondern ich bin immer in Gruppen reingejoint, die ihn gefunden haben, angequatscht haben. Und dann können das alle anderen Spieler auch. Er bleibt aber nur so um die fünf Minuten da. Also man muss tatsächlich immer relativ schnell sein. Jetzt kann man hier, wenn, dann selber campen und auf ihn warten. Oder man sucht im Tool nach Toter Graumähne. Oder was man am meisten hat. Blanchi heißt es im Englischen. Da kann man auch nachsuchen. Hier ist auch eine Gruppe drin. Seht ihr, da sind einige Leute auch in der Gruppe. Mal gucken, ob wir eingeladen werden. Da haben wir es. Gut, wir wurden eingeladen. Und die sind aber, ach, die sind noch am Campen. Die haben das Mount nicht an sich gefunden. Und ich würde sagen, wir warten jetzt, bis das Mount spawnt. Und dann schalten wir wieder rein. So, ich bin jetzt in eine andere Gruppe reingehoppt. Und hier seht ihr, Dad Blanchi war mode off. In meinem Fall hier ist der Gaul. Den können wir anquatschen. Jetzt geben wir das Item ab, das letzte. Und ihr seht, ich habe einmal hier im Inventar das Mount bekommen. Wir lernen das. Schauen es uns jetzt einmal an. Und danach zeige ich euch alle sechs Materialien, die ihr besorgen müsst. Und dann müsstet ihr Bescheid wissen und könnt euch dementsprechend das Mount farmen. So, wir haben einmal hier den Gaul. Das ist er. Sieht auf jeden Fall schick aus. Mount Special ist das ganz normale Pferde-Mount Special. Da haben wir nichts Besonderes. Und wenn wir so ein bisschen reiten, seht ihr, ziehen wir so eine rote Wolke hinter uns her. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und ich muss sagen, das ist eins der besten Mounts aus der Expansion, finde ich zumindest. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die sechs Materialien an, wo ihr die herbekommt. Und ja, auf geht's. Für den ersten Tag braucht ihr achtmal Handvoll Hafer. Und diesen könnt ihr in den Farmen rund um Westfall bekommen. Wenn ihr euch jetzt hier gerade fragt, was das für ein Add-on ist, das ist Handy Note Shadowlands. Hier wird dann auch oben bei der 0 von 6, wenn ihr eins abgegeben habt, 1 von 6, 2 von 6, 3 von 6. Also ihr wisst dann dementsprechend immer, wo ihr, bei welchem Step ihr wart. Dementsprechend lohnt sich das Add-on runterzuladen. Nochmal Handy Note Shadowlands. Wir brauchen achtmal eine Handvoll Hafer. Und die bekommt ihr einfach, wenn ihr nach Westfall geht. Also hier Azeroth, Westfall. Und dann hier in diesen ganzen Höfen, die ihr hier habt. Dort liegen überall immer am Rand an den Zäunen entlang diese Säcke rum. Und die klickt ihr einfach an, bis ihr acht Hafer habt. Wenn ihr da zu faul seid, nach Westfall zu gehen, könnt ihr auch das Zeug um ein Auktionshaus kaufen. Da gibt es natürlich Leute, die das jetzt warmen für die ganzen Mountjäger. Und kauft euch das Zeug ein. Auf den meisten Servern kostet es halt ein bisschen was. Hier 100 Gold kann man sich jetzt sagen. Komm, scheiß drauf. Ich zahle 800 Gold, hab die Dinger und muss nicht selber nach Westfall laufen. Das zweite Item, was ihr braucht, ist eine Pflegebürste. Und diese Pflegebürste bekommen wir von einem NPC. Das switchen wir jetzt mal hier rüber auf meinen Main-Char. Und zwar befinde ich mich hier einmal im Dunkelhafen bei den Koordinaten 63, 61. Und dort haben wir einen NPC. Diesen hier. Via Wupp heißt der. Und den könnt ihr anquatschen und bekommt die Pflegebürste. Wenn ihr das Mount schon abgeschlossen habt, so wie ich jetzt hier an der Stelle, gibt es die leider nicht mehr. Aber ihr könnt ihn einfach anquatschen und ihr bekommt die Pflegebürste. Dann gucken wir uns die nächste Materialie an. Als nächstes brauchen wir vier robuste Hufeisen. Und diese robusten Hufeisen, die könnt ihr einfach auf der Straße looten. Und zwar auf den Straßen hier, hier, in diesem kompletten Bereich hier, liegen die auf den Straßen oder an den Straßen rum. Lauft einfach die Wege ab und ihr seht einiges am Rande glitzern, die einfach looten. Robuste Hufeisen heißen die. Ihr braucht wie gesagt vier Stück, das ist ganz wichtig. Sonst könnt ihr es nicht abgeben. Hier seht ihr jetzt so ein weggeworfenes Hufeisen. Das können wir einfach anklicken. Dann landet es im Inventar. Und wir haben wieder ein weiteres. Und hier braucht ihr insgesamt vier Stück von. Das vierte Item ist dann ein Wassereimer oder ein Eimer mit sauberem Wasser. Und dafür braucht ihr als allererstes einen leeren Wassereimer. Und diesen leeren Wassereimer, den bekommt ihr wiederum von Wirwub, beziehungsweise der liegt hier in der Nähe. Wie gesagt, Wirwub war hier bei den Koordinaten 63, 61. Und der Wassereimer liegt einmal hier hinter ihm. Den klickt ihr an, habt ihn. Und jetzt muss der mit Wasser aufgefüllt werden. Und jetzt ist es so, dass ihr, wenn dann nach Bastion geht oder in den Adenwald und dort in irgendeinem Gewässer, ist komplett egal wo es ist, einfach in das Gewässer reinlaufen. Den Eimer anklickt und dann, ja, füllt ihr den auf und könnt quasi das vierte Ding abgeben. Das fünfte Item, was wir brauchen, ist eine bequeme Satteldecke. Und die bekommen wir von einem NPC. Der nennt sich Tar-True. Und dieser NPC befindet sich hier unten bei den Koordinaten 50, 78. Und bei dem können wir uns die kaufen. Ihr müsst dort aber irgendein Fleisch abgeben. Und das ändert sich täglich. Also das sind alles mögliche Fleische aus der Expansion, aus Shadowlands. Die könnt ihr natürlich auch im Auktionshaus kaufen, wenn ihr die nicht selber farben wollt. Dann sind wir jetzt am letzten Spot. Und zwar hier oben auch wieder in Revengers bei 40, 46. Und dort müssen wir einen NPC suchen, der uns nämlich ein Äpfelchen verkauft. Oder besser gesagt ein paar Äpfelchen. Wir müssen zu Mimps. Und dieser verkauft uns hier diese Äpfel. Schauerkuppenapfel heißt der. Wir brauchen da mehrere. Also wir können hier gleich die fünf Stück kaufen. Das reicht auf jeden Fall. Drei Stück muss man, glaube ich, abgeben. Sobald ihr die habt, habt ihr alle Items bereit. Die könnt ihr einfach im Inventar lassen. Jeden Tag, wie gesagt, zu dem Pferd, das ich euch vorhin gezeigt habe. Könnt ihr jeden Tag ein Item abgeben. Nach sechs Tagen. Oder wenn ihr zwischendrin Pause macht. Also ihr braucht insgesamt sechs Tage. Müssen nicht sechs Tage hintereinander sein. Kriegt ihr dann einfach das Mount, wie ihr es vorhin gesehen habt. Und ja, dann seid ihr durch. Und ich kann nur euch empfehlen. Holt euch das Addon Handynode Shadowlands. Das zeigt euch das relativ schön an. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Taylor. Bis zum nächsten Mal. Ciao.